Wir kommen zurück bei Let's Play Vampire Demasquerade Bloodlines. Gestern haben wir mit dem Tutorial unseres Nosferatus eingefangen. Wir haben schon mal die ersten Gegner, die ersten Gebat-Vampire getötet, die ersten Sachen erklärt bekommen. Und ja, jetzt geht's mit dem Tutorial direkt weiter. Wir sind aber bald durch, habe ich gestern glaube ich schon mal kurz gesagt. Ich zeig es jetzt noch mal, damit du es im Tutorial bist. Der Bordklang ist gerade freaky. So, also unsere nächste Aufgabe ist es zu dieser Tür hier zu kommen. Und da steht der Typ da. Der Typ soll uns natürlich nicht sehen. Wie machen wir das? Indem wir was werfen. Jetzt kommt er hier hinter. Jetzt muss man sich neben vorbeischleichen. Und durch. Also was machen wir? Danke. Das sind natürlich nicht alle Schusswaffen gegen Wuppen. Die haben da natürlich genauso wie die Nackt-Waffen verschiedene Tödlichkeiten. Nutzlos gegen Vampire. Also was ist das? Ja. 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 Jetzt lernen wir gleich das Ziel. Wow. Du Arschloch. Ja. Ja. Ich würde den gern... Äh. Ja. Geil. Jetzt ist die Tür zu. Ja. Es gibt ein paar Grafikwachsen. Man merkt das schon. Und wir sehen ja rechts unsere Blutanzeige. Hier sind nämlich ein paar Racken. Ja ja. Ach wir müssen erst schießen. Okay. Was hat denn eine 8-Gas-Gaffin-Tödlichkeit? Sie geht nicht besonders gut. Diese billige kleinen Kaliberwaffe wird aufständig gängst in ein ganzes Land platzt. Auch bekannt als Handtaschen-Kanode. So. Und so kann man mit zielen. Aber ich sag euch gleich, ich benutze nicht viele Schusswaffen. Da ist eine Ratte zum Beispiel. Ja. Ich schieße es in einem Magazin schon leer. Naja, 2 von 4 getroffen. Gut. Hier ist nämlich ein weiteres... Weiteres Kaliber drin. Zum Beispiel eine Position. Und jetzt sehen wir... Wir sehen ja unsere Blutanzeigerechte. Und jetzt sehen wir sehr oft Blutratten unter Blut auffällen. Sehr. Das sieht man schon. Das ist eben der bestimmte Nosferatu-Vorteil. Andere Vampire würden es von Ratten nicht annähernd zu finden kriegen wie wir. Okay. Jetzt müssen wir... Hat er schon gesagt, dass es ein paar Gangs noch hier ist. Und ein paar Menschen, die meinen sie müssten groß hinschwingen. Müssen wir uns jetzt kümmern. Die sind hier. Aus dem Weg. Und du da hinten auch. So, den trinken wir aus. Wir sind in einer Kampfzone, da könnten wir die töten. Nehmen wir uns mit Plänen. Nehmen wir uns mit Plänen. Mit Emission. Ja. Bei anderen Clans gibt es natürlich mehr. Bei... Beispielsweise bei Malkavianas. Die können auch wahnsinnige Antworten geben. Ähm... Bencho können beherrschen. Also... Im Reden sind Nossis nicht die Besten. Die meisten Clans können verführen. Das können Nossis wegen ihrem Osten auch nicht. Ja. Gehen wir zu Jack. Der ist zum Ofer hochgekommen. Das war's. Es ist alles vorbei. Jetzt haben wir unsere ersten Erfahrungsmeld bekommen und unsere ersten Auftrag geführt. Das geht schon. Also immer so. Das war eine interessante Antwort. In L.A. diese sind die neuen Kinder. Es gibt schon viele Kindred-Hattstakes in Kalifornien. Long bevor das. Jetzt haben wir alle Kindred-Hattstake-Rivalry-Playing-Out. All over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery high-strung Predators. Klinging to their little pieces of eternal game. Hm. 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 Was für eine interessante Antwort. Hm. 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 Jetzt haben wir das Story beendet. Ja. 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 Wir haben zwei Erfahrungspunkte bekommen, die wir natürlich verteilen können. Ist klar. Und wir haben jetzt eine Zuflucht. von Prinzen, die wir benutzen können, wenn wir zum Beispiel einen Computer haben. Viel mehr braucht man eigentlich als Vampir auch nicht. Vampire müssen ja zum Beispiel neben Essen. Und das Auftragsbuch wurde aktualisiert. Das sagt automatische Verteilung aus. Jetzt haben wir hier zwei Erfahrungspunkte. Ja. Allerdings glaube ich, dass die meisten Sachen... Das hier zum Beispiel... Ja. Das können wir kaum planen. Aber das hier zum Beispiel kostet drei. Also können wir mit den zwei Erfahrungspunkten noch gar nichts machen. Ja. Jetzt unser erster Santa Monica Auftrag. Santa Monica ist unser Start. Es gibt eben... Wir sind eben in Los Angeles und es gibt vier Stadtteile. Santa Monica, Downtown, Hollywood und Chinatown. Und wir starten in Santa Monica. Prinz Lacroix, wahrscheinlich Franzose, hat ihm befohlen, nach Santa Monica zu gehen und dort einen Agenten namens Mercurius treffen, der in weiterer Details ihre Aufgabe nennen wird. Um seine Nachbarn zu erreichen, geht sie am Ende der Gasse am Fuß der Treppe zu ihrer Zuflucht nach rechts. Sein Apartment ist im ersten Gebäude auf der rechten Seite. Hier das Tutorial GFR Anfänger ist jetzt erfüllt. Sehen Sie aber dann, wie es überlebt. Los. Das Radio mache ich aus. Radio steppen nehme ich immer ein bisschen. Schauen wir uns erstmal hier oben. Hier haben wir Glute-Bottle drin. Glute-Bottle wäre für Transfusion in Krankenhäusern. Im Moment wird frisch verlorene Glute-Bunktele auf. Versteppen. Dann hier haben wir eine Armbanduhr. Eine normale und ein Pillenfläschchen. Beide nutzlos, eigentlich nur dazu da Geld zu kriegen. Pillenfläschchen, Östrogen, nicht geeignet für Männer. Die normale Armbanduhr ist die Kopie einer viel teureren Uhr. Wahrscheinlich Swatch. Aha. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben ein Bett. Wir haben ein Jacuna Coil-Poster. Einen Kühlschrank. Ein Bag, das echt nicht so super aussieht. Kein Spiegel. Hier noch ein Rechner. Also man sieht schon, die in Zuflucht ist nicht das Gelbe vom Ei. Hier drin ist noch ein bisschen Geld. 200 Dollar. Eigentlich 200, 100. Und hier haben wir noch zwei Reife. Das ist eines der hier. Bitte komm umgehen und mein Haus nach der Unterhau. Und besuche mich. Ich gebe dir diesen dies als Wegweiser. Dunkes Blut, unser Fluch. Etwas liebt dies Gedicht. Die große Macht trotz der Jugend spüre ich. Wo die müßtische Sonne brennt, finde ich. M. Strauss, Regent der Tremere. Ein neuer Auftrag, der unter Downtown steht. Nicht erst mal unter so einer Multikersetze des Regenten. Aber wir können gar nicht einfach so Startteile wechseln. Das heißt, dieser Auftrag wird noch eine Weile warten bis wir ihn haben. Hier der andere Brief von Mekirio. Oder besser gesagt, den Motivs. Hey, das Computer, das Passwort für den Computer ist Sunrise. Spart dir die Blüten. Schenke ich dir. Hab dir eine Mail mit meiner Adresse geschickt. Komm mal vorbei, wenn du fertig bist. Mekirio. Ja, dann schauen wir doch mal in unseren E-Mail. Wir haben fünf gelesene E-Mails. Das Passwort hat so ein Zerker geplant. Es ist Sunrise. Eine Erinnerung. Von La Croix. Mekirio meldet sich, wenn du ins Anthemolika wirst. Trifft dich mit ihm und trüttel dich dabei nicht herum. Was auch immer als L heißt. Wollen wir ja nicht mehr tun. Der nächste. Die nächste. Wow, ist der Dickmann. Von Schlöpflanz. Film ist Vergrößerung. Da geht keiner mehr stiften. Ruf gleich an. 1-800-big-stick. Ja, Werbung kriegen wir auch öfters. Also können wir das auch nicht. Das nächste ist. Killpatrick's. Killpatrick's. Krimp-Puter. Von. A-Killpatrick at. Dirtcheap Internet. Sie suchen einen nichts mehr von Ehemann, der mal wieder die Alimente nicht gezahlt hat. Oder den Biskill, der sie zusammengeschlagen hat. Ihre Suche hat den. Mit A-Fa-Killpatrick's. können Sie nahezu jede Person finden, über die eine Aktefolie liegt. Und das ist heute bei fast jedem der Fall. Kommen Sie zu Arthur Kilpatricks 24h Kaution. Sie suchen, wir finden. Arthur Kilpatrick wird später noch für eine Quest wichtig, aber für das erste ist er für uns wichtig. Nächste E-Mail ist von Kirio. Treff willkommen. Hey, willkommen in der Stadt. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Und dann besprechen wir, wie du den Job erledigen kannst. Ich hole mir jetzt den Sprengstoff, etwas Astrolit. Offenbar sollen wir was in die Luft sprengen. Ich sollte wieder hier sein, wenn du vorbeikommst. Ich wohne 24 Mainstreams. Ich weiß, das war jetzt nicht ganz englisch, aber ist egal. In Nummer 4. Geh bis zum Ende der Gasse. Das ist das erste Gebäude auf der rechten Seite. Und dann haben wir noch zuletzt eine E-Mail mit dem Treff die Eröffnung von einem Freund. Man weiß bis zum Ende nicht, wer das ist. Das Spiel beginnt. Der Bauer rückt vor. Von diesem, ich sag jetzt mal, diesem User namens einem Freund kriegt man öfters E-Mails und man weiß nie, wer das ist. Ich hab ein paar Theorien, aber da wir ja jetzt noch ganz am Anfang sind, kann das auch sein. Gut. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Schauen wir uns im sonstigen Haus um. Hier, in den überliegenden 507 könnten wir knacken, müssen wir aber noch nicht. Ist später was interessantes drin. Dann hier runter in 505 ist meines Wissens nichts. Ich schau's mir aber trotzdem mal an. Ist da vielleicht... oder so? Ne. Was für Schrottbogen die hier das alles sind. Obwohl keiner hier in der vernünftigen Duschwaren. Hat auch kein Spiegel. So hier ist nichts. Allerdings ist die Zeitung vor der Tür wichtig. 506 hat dann nicht mal die Türklinke. Stimmt Hartz IV Empfänger. Die Zeitung war allerdings wichtig. Ein neuer Auftrag. Tödliches Fest. Leichenthaler Ampire gestellend befunden. Polizei vor Rätsel. Karneval des Todes. In Santa Monica Pier wurden furchterige menschliche Überreste gefunden. Vielleicht sollten sie sich das mal ansehen. Ja, das andere ist eben nur, dass M. Strauss uns in den Haus Downtown eingeladen hat, wo man ihn finden muss und eben mit einem Rätsel. Das haben wir ja schon gelesen oben. Ja, und hier ist noch ein Briefkasten für uns. Der ist jetzt natürlich noch leer. Und der Ausgang. Übrigens, Ladebildschirme kommen in dem Spiel recht häufig. Wenn das angekürzt, der sollte das Display nicht gucken. Nur so nebenbei. Das kann man leider auch nicht ändern. Das ist ein Obdachloser. Der spricht einen immer sofort an, wenn man aus seiner Zuflucht kommt. Egal welcher Clan, egal ob Mann oder Frau. Ja, ich könnte ihm jetzt ein bisschen Kleingeld geben. Ich habe jetzt 100 Dollar. Oder auch nicht. Hm. Sind wir nett oder sind wir nicht nett? Ach, habe ich. Aber nicht für sie. Ja, was ich weiß. Ist doch ein bisschen. A$%&! Vorsichtig Jüngchen! Gut. Wir treten mit die City. Erstmal kurz und kurzes Intro. Möglich Intro, ein kurzes Video. Das ist Mercurio und wie man sieht, ihm geht es nicht sonderlich gut. Und das ist Santa Monica, eine schöne kleine Schott, vielleicht nicht zwanghaft die sicherste. Ja, gehen wir zuerst zu Mercurio und fragen nach, was mit ihm los ist. Also wirklich, kann man jemanden das Blut wegputzen? Das ist doch echt ungesund. Ja, er wohnt in einem Elisium. Das heißt, wir können weder Kämpfen noch Disziplin nutzen. Und ja, hehe, man sieht sofort, welche Tür das ist. Da liegt er. Und man sieht schon, es geht ihm nicht sonderlich gut. Was ist denn mit dir passiert? Ich habe... ich gehe... und... was ist das Blut? Ist das meine Rippe? Oh shit, meine Rippe ist durch meine Seite! Ich bin alle normalen. Du musst schauen und erzählen. Ja, an der Rippe, schätze das noch 5 Minuten zu leben. Das sind abgebrochene Flasche. Und jetzt zeig mir, was passiert ist. Ich bin kein Chemist. Ich glaube, ich kann keine Operatorin in L.A. Ich verifiziere ihn. Organisationen sind verlieblich. Der Mann macht's his up speed. His crew sells it. Occasionally macht's explosives. Ich sete auf die Droppe. Ich schaufe auf die Beach mit dem Geld, richtig? Die vier Leute kommen nicht aus. Junkie. Bricks. Hattet mich mit einem Backen. Ich fühle mich, ich habe ein richtiges Horseskuchen. Und diese Kacksecker, die mich verletzten und mich verletzten. Ich musste in mein Auto gehen und meine Arsch auf hier. Der Schmerz ist das einzige, was mich zusammenholt. Shit. Sie haben Geld, sie haben die Astrolight. Ich kann mir alles erzählen. Oder auch nicht. Wo sind die Scheißkerle? Und wie komme ich da hin? Naja, wenn du jetzt noch lebst, hätten sie wohl nicht deine letzte Geburt gewesen sein. Sonst noch nicht was? Ich hole das Astrolight. Gut zu wissen. Bis dann. BI ergibt sehr erfolgreiche Hilfe später. Deswegen ist das ganz gut. Herr Kirill. Du hast starke Schmerzen. Dann kann ich irgendwas für dich tun. Ich bring dir was mit. Zwei Aufträge. Hier. Einmal haben wir jetzt ihn gefunden. Deswegen ist der erledigt. Surf in USA. Mercurio hat sich gebeten, dass er das Astrolight, das er für sie beschaffen sollte, von einigen Junkie-Schweinen zurückzuholen. Die in einer Müllkippe am Strand gelegen. Außerdem hat der Mercurio es gerne, wenn sie einen Skate-Skriter. Das andere ist Mercurios quervolles Dasein. Er braucht starke Schmerzen. Na schön. Erstmal raus hier. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich denke mal, wir sollten zuerst das Astrolight und das Geld holen. Hier ist übrigens ein Auto. Man sieht es daran, dass es schon schief steht unter Blut. Da ist ein Cop. Die Cops sollten einen nicht sehen. Deswegen ist das Mascaradeburg. Wenn die sonstigen einen sehen und direkt einen angucken, dann rennen sie panisch weg. Das ist nicht ganz so schlimm kann, aber über kurz oder lang auch sehr nervig werden. Jetzt reden wir nochmal mit ihm hier, der da vor der Tür steht. Der ist relativ nervig, aber wichtig für später. Das ist nämlich ein Typ namens Nox. Alter Mann! Du bist ein Nasrath, oder? Und man merkt, er hat... schon eine gewisse Ahnung. Man sieht ja auch gelbe Augen mit nicht und wegen normalen Menschen. Okay, geht jetzt etwas leiser, Kumpel. Ja? Ja, ich wusste es, du bist. Ich wusste, du bist. Ich wusste einfach, du bist. Du bist, Nussra, habe ich nur alle die ganze Zeit gemacht. Aber es war, wenn ich mir so nachdenke, es war mir immer so. Du bist, du bist. Du bist? Was ist dein Name? Oder ich weiß, was das alles ist? Ich bin ein Ghoul! Ich wusste gar nicht davon, wie vorher einen Anfänger. Der Mann war einfach ein paar Monate später. Der Mann hat einfach, insofern... ein Modus von MAP! Oh, Mann! Ja, Vampires are real and right there in front of them is blue, my goddammit This is actually the same old as this does Welcher Vampire hat dich zum Ghoul gemacht? Man merkt schon, der ist relativ nervig Was trafst du denn hier so? Ja, was auch immer, wir sehen uns noch Ja, er hat uns was Neues erzählt, er ist relativ nervig, er war das mit den Ghoulen Ist sehr interessant, wer das Plane Paper gespielt hat, weiß natürlich was ein Ghoul ist Diejenigen, die es nicht gespielt haben, wissen es nicht, ein Ghoul ist ein Mensch, der von einem Vampir Blut bekommen hat Dadurch ein bisschen, wie er Gnox gerade gesagt hat, ein bisschen Vampirmacht bekommen hat Ähm Und Dadurch sich schneller heilen kann und so weiter Dieses Auto hier werden wir uns auch noch näher angucken Aber jetzt gehen wir erstmal Aber jetzt gehen wir erstmal Hier runter Jetzt müssen wir erstmal Ja, wir hatten uns ja die Weggeschaffung gegeben Durch die Parkhause und so weiter und so fort Hier ist der Strand Hier müssen wir hin Hier Hier Durch die Ginegade und auf die Städte Was? Woher weißt du, dass ich jemanden suche? Nicht mind, du wirst es nicht verstehen Hm, okay, danke Würde ich nicht verstehen, ja Das werden wir ja sehen Das müssen wir jetzt hier hin Weil hier ist nämlich ein Stück, das wir noch brauchen könnten Ein Holzbeflock Ein Flock Ressorts Hier oben sind die Leichenteile gefunden worden Von dem wir in der Zeitung gelesen haben Und wir sehen auch, wir befinden uns in einer Kampfzone Ja, hier sind Wahrsage Und da sind die Leichenteile Aber zuerst gehen wir in die Spielhalle Vielleicht gar nicht irgendwo dran Ich weiß nicht, in irgendeinem Mod Es gibt viele Mods zu Vampire Irgendeinem Mod kann man nicht in einem Spielautomaten spielen Oder für die Duty Wir brauchen hier Liver Rules Ja, anscheinend aber nicht hier Ne, konkret von mir aus Ja, wir müssen auf den Kopf aufpassen Wir müssen nicht komplett ran, wir müssen nur das bisschen näher So, hier hängen die Leichenteile, die in der Zeitung berichtet wurden. Und wir haben mal etwas Neues, Sie haben nicht Hartung oder Pia gesehen, konnten aber nichts besonders über den Wetterhaus, außer dass er besonders brutal und bestialisch vorgeht. Das ist noch nicht besonders viel, aber immerhin haben wir schon mal was rausgefunden. Hier sind ein paar Leute, mit denen wir uns noch unterhalten, erstmal mit der Frau. Wovon redest du da? Man könnte sagen, sie ist eine Art Hellseherin, nicht wirklich Hellseherin, aber sie geht in die Richtung Hellseher. Das ist alles wehres Zeug. Ich verstehe nicht. Oh, ist das legal? Ja klar, das ist nicht so sehr, sehr unbegessen. Was ist wohl der Modum Pia? Ja klar, dass ich diese Vergesst du nicht sanseherin bekam. Was heißt der Modum Pia? Man sieht schon, sie redet sehr kryptisch, merkt man ja, aber ihre Worte sind wicht-, also was heißt wichtig, wichtig sind sie nicht unbedingt, aber, naja, ich werde jetzt nicht spoilern, deswegen sage ich einfach, man sollte ihr schon zuhören. Kannst du mir meine Zukunft voraussehen, ich zahle auch. Für 100 Dollar sage ich dir, was du nicht hören willst, wie geil. 100, ich gebe jetzt maximal 20, hier sind meine Fragen. Dann fragst du wieder. Man zahlt 20 Dollar, aber es lohnt sich. Was passiert bei den kommenden Nächten? Die Krimson-Siepe? Er ist nicht, wer er sagt, sie ist, und er wird zu brennen. Dinosaurs? Er ist furchtbar, der Mann auf der Krest, der Voiz in der Dunkelheit, Boss. Chinese Brothers? Die Krimson-Siepe? Sie füllen die Lichter zum Ende des Tunnels. Wir sind nicht in der Krimson. Wie gesagt, sie redet sehr kryptisch, aber... naja. Ich hab ja schon noch wen vorher. Wem kann ich trauen? Mit dem Mann auf der Kouch, meistens z.B. Macario. Er war ja auf der Kouch. Den einsamen Wolf werden wir noch kennenlernen. Alle anderen, ja, wie sie schon sagt, Vorsicht. Er hat einen Job für mich. Es ist fast, als ob sie die richtige Sache warten müssen. E, zum Beispiel. Ich weiß, wir haben jetzt... eigentlich ist ihn schon halb. Der Part wäre jetzt eigentlich schon vorbei, aber ich kann nicht mit dem Gespräch aufhören. Wer hat mir in der 5. Klasse mein Fahrrad geklaut? Yay! Ich sehe das Zukunft, nicht das Vergangenheit. Oh Mann, oh, ich will aber wissen, wer mein Fahrrad geklaut hat. Irgendwelche Ratschläge? Etwas, das mir das Leben retten kann? Nicht öffnen, das wird später noch wichtig. Natürlich, zu dem Zeitpunkt hat man keine Ahnung, aber es wird wichtig. Wer sind meine Feinde? Nein, überall. Einige schreit, einige schreit. Aber ich denke, du bist noch nie zuvor. Aber ja, ich bin ein guter Gegner. Werde ich am Ende gewinnen, wenn alles gesagt und getan ist? Ob du das Spiel gewinnen, das interessiert nicht. Es ist, wenn du es gekauft hast. Jetzt müssen wir die ganzen automatischen Speicherstände löschen. Die kann man leider nicht ausschalten. Ja. Jetzt haben wir so gesehen erste Schritte schon mal gemacht. Schon mal einiges erfahren. Gerade über Ghule und auch jetzt über die Zukunft in Anführungszeichen. Erste Quests angenommen. Und auch die ersten EP bekommen. Ja. Später kommt noch ein neues Projekt von mir. Ich weiß noch nicht 100% welches. Muss ich noch gucken. Für Jurassic Park. Weil Jurassic Park ja gestern fertig gemacht haben. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist jetzt der Part für heute. Heute früher hab ich ja den für gestern gemacht. Deswegen sag ich das jetzt. Ähm, ja. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und ansonsten, bis dann. Bis später, beziehungsweise bis das nächste Mal. Let's play Vampire the Mascade Bloodlines. Euer Peck Crystal. Macht's gut vor.